So, dann haben wir hier noch was, worauf ich ganz stolz bin, nämlich 16,50 Euro, definitiv überteuert, die Cobra 6 BP Silber von de Blasio Elio. Ob die wirklich ihr Geld taugen, das weiß ich nicht, die müssen quasi einen finalen Test bestehen gegen den Funke D Schinken. Cobra 3 BP, die sind ultra hart. Nein, okay, ja, zack. Der ist sein Geld nicht wert, aber der fliegt 30 Meter. Den normalen Cobra 3 BP waren sogar fast gleich.